Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da tut sich gerade bei mir sehr viel. Und ich habe festgestellt, das Boot fährt noch einmal da her und zurückfällt an die drei Minuten umsäumen. Ja, da können wir einsammeln. Da können wir einsammeln. Warte! Wird das da auch die Erweiterung? Nein, es geht sich eh nicht aus mit dem... Zack! Und da tut sich wahrscheinlich am meisten was. What? Jetzt ist das Auskommen. Was für ein Ding? So, sieben von sieben. Warte! Okay, so. 1,38. Das Boot ist gerade erst angekommen. Es braucht erst jetzt schon eine halbe Minute, bis es da auch kommt. Da könnte man zuschauen bis es oben fährt. Dann müssen wir dann später holen. Öl müssen wir später holen. Die Schaufel müssen wir. Nein, wenn wir Madonna, wie viel brauchen wir da noch? 30. Und lohnt es sich eher, wenn wir wieder was herstellen. So, und da ist der Sol noch immer das, was man letztes Mal in Lauf gefahren ist. Ja. Und das kann ich ja immer nicht machen. Und das heißt, warum ist das überhaupt das? Was passiert, wenn du das reint da und das heißt? Zwei, vier, so. Und da tut es alles. Okay, das würde ich sagen. Tschüss, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.